Startseite teilen, Kommentare, E-Mail, mehr Twitter, Feedback, Anrede, Herrfrau, Vorname, Nachname, E-Mail, Adresse, worum handelt es sich? Bitte auswählen, redaktioneller Fehler, technisches Problem, Lobkritik, sonstiges, wie können wir helfen? Schließen, drucken, Fehler, melden Sie, haben einen Fehler gefunden? Bitte markieren Sie die entsprechenden Wörter im Text. Mit nur zwei Klicks melden Sie den Fehler der Redaktion. Fokus in Leine, Autorin Nicole Herrimusmann, Hornissen, Stiche sind sehr selten, da Hornissen friedliebende Tiere sind. Kommt es doch einmal dazu, ist der Stich schmerzhaft und ruft starke Hautreaktionen hervor. Richtig behandelt, ist ein Hornissenstich aber harmloser, als er sich anfühlt. Täglich den neuesten Gesundheit Newsletter per E-Mail. Ich bin damit einverstanden, dass mich die Fokus Online Group GmbH über Vorteilsangebote informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit über redaktion.itfokus.de wiederrufen. Jetzt nicht, der Stich einer Hornisse ist weniger gefährlich als ein Bienenstich. Kühlung ist das beste Mittel bei einem Hornissenstich. Bei Allergie oder einem Stich im Mund-Rachenraum sofort zum Arzt. Hornissenstiche werden gemeinhin als gefährlicher eingestuft als Bienen- oder Wespenstiche. Das stimmt nicht. Der Stich einer Hornisse ist zwar schmerzhafter, aber weniger giftig als der einer Biene oder Wespe. Bienengift ist 4 bis 15 Mal stärker als das der Hornisse. Dass ein Hornissenstich trotzdem schmerzhafter ist, liegt zum einen am deutlich dickeren und längeren Stachel der Hornisse. Zum anderen ist im Hornissengift Acetylcholin enthalten. Dieser Neurotransmitter verursacht starke Schmerzen. Hornissen stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Gefährlich ist ein Hornissenstich lediglich für Menschen mit einer Insektengiftallergie oder wenn der Stich an einer ungünstigen Stelle wie beispielsweise im Rachen vorkommt. Ein Hornissenstich ruft zunächst starke Schmerzen hervor. Die gestochene Stelle schwillt stark an, juckt und rötet sich. Das ist zwar sehr unangenehm, aber nicht gefährlich. Einen Stachel müssen sie nicht suchen, wenn sie von einer Hornisse gestochen wurden. Die Tiere verlieren ihren Stachel im Gegensatz zu Bienen nicht beim Stich. Weit verbreitet ist der Glaube, einen Insektenstich aussaugen zu müssen. Lassen sie das besser sein, es bringt nichts. Im Gegenteil, durch das Saugen üben sie Druck auf das umliegende Gewebe aus. Dadurch verteilen sie das Gift nur noch weiter. Aus dem gleichen Grund sollten sie nicht an der Einstichstelle herumdrücken oder kratzen, auch wenn es stark juckt. Das macht es nur schlimmer, außerdem können so Keime in die Wunde gelangen. Haben sie Desinfektionsmittel zur Hand, reinigen sie damit die betroffene Stelle. Bei einem Hornissenstich ist Kühlung das Mittel der Wahl. Zum einen lündert Kälte die Schmerzen. Zum anderen verhindert eine sofortige Kühlung der Einstichstelle ein weiteres Anschwellen des Gewebes. Ideal zum Kühlen ist ein Kühlpit. Legen sie jedoch immer ein Handtuch zwischen Haut und Pit, sonst können schnell lokale Erfrierungen entstehen. Haben sie kein Kühlpit bei Hand, erfüllen Umschläge mit Essig oder Alkohol den gleichen Zweck. Mehr können sie bei einem Hornissenstich nicht tun, die Einstichstelle sauber halten und kühlen. Dann heißt es abwarten und durchhalten, bis der Körper das Gift abgebaut hat. Ein paar Tage kann das allerdings schon dauern. So harmlos ein Hornissenstich eigentlich ist, so gefährlich kann er für Insektengiftallergiker werden. Wissen sie um ihre Allergie, suchen sie im Fall eines Stichs sofort einen Arzt auf. Hatten sie bisher noch keine allergische Reaktion, erkennen sie diese an plötzlich auftretenden Krämpfen, Atemnot, Kreislaufproblemen und Herzrasen. Bemerken sie nur eines dieser Symptome nach einem Hornissenstich, sollten sie den Notarzt rufen. Das gilt auch bei einem Stich im Mund- und Rachenraum. In diesem Fall kann die Schwellung die Atmung stark behindern oder gar unmöglich machen. Deshalb gilt bei einem Insektenstich in diesem Bereich immer rufen sie den Notarzt. Setzen sie sich nicht selbst ans Steuer, um den Hausarzt aufzusuchen. Ein Stich in den Mund ist unangenehm und unbehandelt sehr gefährlich. Es gibt jedoch schnell und sicher wirkende Medikamente, die die Schwellung rasch abklingen lassen. Angst brauchen sie also nicht zu haben, wenn sie sich zügig den Notarzt rufen. Noch mehr Tipps und Wissenswertes